Bessere Vergütung von Betriebsratsmitgliedern, diese Headline in den Medien ist irreführend bis falsch. Neue Bestrebungen in der Gesetzgebung zur Vergütung der Betriebsräte und was ist der Hintergrund? Das Problem, weswegen der Gesetzgeber sich hier bemüht sah, war doch diese fraglichen und zu hohen Zahlungen an Betriebsratsmitglieder bei VW in einer Höhe von monatlich bis zu 70.000 Euro. Das rief den Vorwurf hervor, dass die Zahlungen von VW an die Betriebsratsmitglieder nur deshalb erfolgten, um die Betriebsratsmitglieder zu beeinflussen, eben durch diese Begünstigung. Das wiederum hätte strafrechtliche Konsequenzen für den Manager, weswegen die Verfahren bei den Strafgerichten bis zum Bundesgerichtshof anhängig waren. Irgendwann trafen sich die Auffassungen des Bundesgerichtshofs mit den Auffassungen des Bundesarbeitsgerichts. Der Gesetzgeber meinte, okay, da will ich drauf reagieren. Und was hat er gemacht? Er hat den Bewertungsspielraum für die prüfenden Richter und die Zukunft eingeschränkt. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter Mediator. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfachrecht, dein Podcast rund ums Arbeitsrecht. Zum besseren Verständnis lass mich auf die geltenden allgemeinen Regeln eingehen. Vergütung und Rechtsstellung von Betriebsratsmitgliedern in Deutschland. Was gilt es da grundsätzlich zu wissen? Die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern in Deutschland ist ein sehr facettenreiches Thema, das sich an den Schnittstellen von dem individuellen Arbeitsrecht und der betrieblichen Mitbestimmung bewegt. Dieses komplexe Feld wird durch diverse gesetzliche Regelungen, insbesondere durch das Betriebsverfassungsgesetz sowie, ja, insbesondere auch durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes BAG geformt. Die heutige Podcast-Folge beleuchtet die zentralen Aspekte der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern einschließlich der Regelungen und der Differenzierung zwischen freigestellten und nicht freigestellten Mitgliedern sowie der Bestimmung für Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit. Was sind die Grundlagen der Vergütung? Das Betriebsverfassungsgesetz regelt in § 37 Absatz 4, dass die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern nicht niedriger sein darf als das Arbeitsentgelt vergleichbare Arbeitnehmer mit einer betriebsüblichen beruflichen Entwicklung. Damit soll sichergestellt werden, dass Betriebsratsmitglieder weder in wirtschaftlicher noch in beruflicher Hinsicht Nachteile erleiden. Gleichzeitig und das Pendant dazu verbietet der § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz jegliche Begünstigung von Betriebsratsmitgliedern aufgrund ihrer Tätigkeit, Sinn und Zweck ist eine neutrale und faire Position des Betriebsrats im Betrieb zu gewährleisten. Genau dieses Spannungsfeld war Gegenstand der aktuellen gerichtlichen Auseinandersetzungen, insbesondere im Jahr 2023, um die hohen Zahlungen von VW an deren Betriebsratsmitglieder. Daraus entstanden Unsicherheiten für die Arbeitgeber, aber eben auch für die Betriebsratsmitglieder. Unsere Regierung meinte daraufhin gleich mit einer Gesetzesänderung reagieren zu müssen. Aus meiner Sicht überflüssig und mal wieder zu vorschnell und vielleicht auch viel mehr Lobbyismus, denn wem nutzen denn diese Änderungen. Dazu später. Lass mich erstmal zurück zu den Grundsätzen kommen. Wir trennen ja zwischen bei den Betriebsratsmitgliedern, die gewählt worden sind, zwischen den freigestellten Betriebsratsmitgliedern und den nicht freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Für freigestellte Betriebsratsmitglieder, die also ihre Arbeitszeitvollständigkeit der Betriebs-, also vollständig der Betriebsratstätigkeit widmen, ist die Vergütung besonders relevant. Und das Bundesarbeitsgericht hat jetzt auch zunehmend, auch mit den letzten Entscheidungen seiner Rechtsprechung präzisiert, dass die Bestimmung vergleichbarer Arbeitnehmer und deren berufliche Entwicklung maßgeblich für die Vergütung ist. Entscheidend ist, wie zum Zeitpunkt der Amtsübernahme vergleichbarer Arbeitnehmer vergütet worden sind. Der Vergleichsmaßstab und die hypothetische Karriereentwicklung spielen eine zentrale Rolle, um eine gerechte Vergütung sicherzustellen, die einer hypothetischen beruflichen Entwicklung ohne Betriebsratstätigkeit entspricht. Der, der freigestellt ist für die Betriebsratstätigkeit, soll nicht schlechter gestellt werden, als der vergleichbare Kollege, der ohne Betriebsratstätigkeit dann Karriere im Unternehmen macht und im Ergebnis dann noch besser vergütet wird. Darüber musste das BAG jüngst entscheiden und hat ihm gesagt, es ist immer abzustellen auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme. Wie ist das bei nicht freigestellten Betriebsratsmitgliedern? Nicht freigestellte Betriebsratsmitglieder führen ihre reguläre berufliche Tätigkeit neben der Betriebsratstätigkeit fort. Für sie gelten grundsätzlich dieselben Vergütungsregelungen, wobei die praktische Anwendung variiert. Das ist zumindest das, was die Gesetzgebung meint. Tatsächlich in der Praxis sieht das ein bisschen anders aus. Der § 37 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz stellt klar, dass die Betriebsratsmitglieder für die Zeit ihrer Betriebsratstätigkeit keinen Verdienstausfall erleiden dürfen. Dies beinhaltet doch ein Schutz vor Benachteiligung gemäß § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz, so dass ihre Betriebsratstätigkeit nicht negativ auf ihre berufliche Entwicklung oder Vergütung wirken darf. Das bedeutet, notwendige Betriebsratstätigkeit innerhalb der regulären Arbeitszeit ist somit zu vergüten. Was ist aber mit Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit? Also wenn denn nach Schichtende noch eine Betriebsratstätigkeit stattfindet oder wenn der Mitarbeiter eigentlich frei hatte. Ein besonderer Aspekt ist genau an dieser Stelle die Vergütung von Betriebsratstätigkeiten, die eben außerhalb der regulären Arbeitszeit erbracht werden. Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz keinen direkten Anspruch auf zusätzliche Vergütung vorsieht, können dennoch Betriebsratsmitglied unter bestimmten Umständen Anspruch auf, und jetzt ist es wichtig, nicht primär Freizeit, also nicht primär Vergütung, sondern Freizeitausgleich haben, wenn sie mit der Betriebsratstätigkeit Überstunden leisten müssen. Diese praktische Handhabung kann je nach Unternehmen variieren und ist sehr häufig und oft Gegenstand von Vereinbarungen zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber. Fazit. Die Vergütung von Betriebsratsmitglieden spiegelt das Bemühen wieder eine gerechte und angemessene Anerkennung der Rolle im Betrieb zu gewährleisten, ohne die Betriebsratsmitglieder zu benachteiligen oder ungerechtfertigt zu begünstigen. Die Regelungen tragen besonderen Stellungen oder der Stellung des Betriebsrats im Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmerinteressen und betrieblichen Belangen Rechnung. Sie reflektieren zugleich auch den Grundsatz, dass die Ausübung des Betriebsrats nicht zu einem finanziellen Nachteil führen darf. Die konkrete Ausgestaltung der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern erfordert eine sorgfältige Abwägung individueller Umstände und betrieblicher Gegebenheiten, um diesen rechtlichen Rahmenbedingungen und den Grundsätzen der Fairness und Gleichbehandlung gerecht zu werden. Besondere Herausforderungen sind bei der Umsetzung dieser Regelung in der Regel die Bestimmung der vergleichbaren Arbeitnehmer und deren betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Das erfordert eine detaillierte Analyse der betrieblichen Strukturen und der individuellen Karrierewege. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bietet hierfür Leitlinien, also hat sogenannte Leitplanken eingezogen und betont die Notwendigkeit einer individuellen Betrachtung jedes einzelnen Falls. Dies kann insbesondere bei ungewöhnlichen Konstellationen oder bei Änderungen der beruflichen Rolle eines Betriebsratsmitglieds während seiner Amtszeit zu komplexen Bewertungsfragen führen. Für nicht freigestellte Betriebsratsmitglieder ergibt sich zusätzlich die Frage, wie Zeiten für Betriebsratstätigkeiten, die außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen, behandelt werden. Während das Betriebsverfassungsgesetz einen Anspruch auf Vergütung für Betriebsratstätigkeiten während der Arbeitszeit klarstellt, bleibt die Handhabung von Überstunden aufgrund von Betriebsratstätigkeiten eine Frage der betrieblichen Praxis und Vereinbarung. Der Grundsatz, dass Betriebsratstätigkeit nicht zu einem finanziellen Nachteil führen darf, impliziert jedoch, dass für solche Überstunden ein angemessener Ausgleich, sei es in Form von Freizeitausgleich oder eben doch einer zusätzlichen Vergütung geschaffen werden sollte. Praxis ist es zurzeit häufig noch anders. Und deswegen in dieser Praxis spielen diese Betriebsvereinbarungen eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung der Vergütung und des Freizeitsausgleichs für Betriebsratstätigkeiten. So und manchmal auch nur so, ermöglicht es dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber auf die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Betriebs zugeschnittene Regelungen zu treffen. Durch die Möglichkeit, individuelle Vereinbarungen zu treffen, können Flexibilität gewährleistet und Konflikte vermieden werden. Ja und gleichzeitig erfordert dies jedoch von beiden Seiten ein hohes Maß an Verhandlungsbereitschaft und ein fundiertes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern in Deutschland stellt ein ausgewogenes System dar, das darauf abzieht, die Rechte und Interessen von Betriebsratsmitgliedern zu schützen, ohne dabei die betrieblichen Belange außer Acht zu lassen, was sehr häufig auch nicht von Seiten der Arbeitnehmerseite berücksichtigt wird. Die rechtlichen Rahmenbedingungen bieten, wenn sie richtig angewandt werden, von beiden Seiten sowohl Schutz als auch Flexibilität, erfordern jedoch eine sorgfältige Anwendung und gegenfalls individuelle Anpassung. Abschließend zu den von mir aufgeworfenen Fragen, die Klarstellung der BAG-Rechtssprechung und die Reaktion des Gesetzgebers. Denn so richtig neu sind halten die angedachten gesetzgeberischen Regelungen nicht. Mehrfach nimmt die Bundesregierung in dieser aktuellen Gesetzesbegründung, die jetzt gerade in den Medien problematisiert wird, auf diese ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Bezug und stellt klar, dass die Neuregelung im Einklang mit der bestehenden Rechtslage und der Rechtsprechung des BAG erfolge. Die Gesetzesänderung hält das Kabinett dennoch für notwendig, weil es meint, in dem BGH-Urteil vom Januar 2023 würden trotz Bezugnahme auf die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und so Zitat nicht alle Aspekte zur Bestimmung der Vergütung von Mitgliedern des Betriebsrats nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts deutlich. Ja, so heißt das in der Gesetzesbegründung. Die Neuregelung stellt im Ergebnis nun klar, Betriebsratsmitglieder dürfen nach § 78 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes wegen ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. Für die Vergütung wird das wie bisher schon geregelt. Die darf nicht niedriger sein als die vergleichbare Beschäftigter. Ja, und das sind etwa die Personen, die auf ähnlichen Jobbeschreibungen arbeiten, wie das Betriebsratsmitglied. Die Betriebsparteien können die Vergleichsgruppen in Betriebsvereinbarung bestimmen. Auch das hat das Bundesarbeitsgericht aber in der Vergangenheit bisher schon erlaubt. Und das Problem, weswegen der Gesetzgeber sich hier bemüht sah, war doch diese fraglichen und zu hohen Zahlungen an Betriebsratsmitglieder bei VW in einer Höhe von monatlich bis zu 70.000 Euro. Das rief den Vorwurf hervor, dass die Zahlungen von VW an die Betriebsratsmitglieder nur deshalb erfolgten, um die Betriebsratsmitglieder zu beeinflussen, eben durch diese Begünstigung. Das wiederum hätte strafrechtliche Konsequenzen für den Manager, weswegen die Verfahren bei den Strafgerichten bis zum Bundesgerichtshof anhängig waren. Ja, und irgendwann trafen sich die Auffassungen des Bundesgerichtshofs mit den Auffassungen des Bundesarbeitsgerichts. Ja, und der Gesetzgeber meinte, okay, da will ich darauf reagieren. Und was hat er gemacht? Er hat den Bewertungsspielraum für die prüfenden Richter und die Zukunft eingeschränkt. Es soll nunmehr nur noch auf grobe Fehlerhaftigkeit die Prüfung zulässig sein. Wann diese grobe Fehlerhaftigkeit dann tatsächlich ergeben ist, das ist dann wieder gut dehnbar. Ein Scheik, der dabei Böses denkt. Im Ergebnis nutzt und trifft dieses nicht die Probleme der breiten alltäglichen Betriebsratsstätigkeit und erst recht nicht in den mittelständischen Unternehmen. Auch hier regiert die aktuelle Regierung mal wieder an der Sache vorbei. Die Betriebsräte bekommen entgegen dieser Meldung in der Presse damit weder mehr Geld noch mehr planbare Sicherheit. Diese gesetzgeberischen Änderungen zielen auf den Schutz von Managern in den großen Konzernen, die mit hohen Zahlungen an Betriebsratsmitglieder fragwürdige Interessen absichern. Wünschenswert aus meiner Sicht wäre vielmehr eine schnelle gesetzgeberische Betriebsamkeit in vielen anderen arbeitsrechtlichen Problemstellungen, die der breiten Masse der Arbeitnehmer und Arbeitgeber nutzen würden. Aus meiner Sicht hier mal wieder von der Regierung falsche Prioritäten gesetzt. Was ist deine Meinung dazu? Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne entweder auf deiner Plattform, auf der du gerade diesen Podcast hörst oder in den sozialen Medien. Die Links findest du in den Shownotes dieser Folge. Du kannst das Ganze auch auf dem Blog der Rechtsanwälte Wulff und Kollegen nachlesen. Schau dazu unter www.kanzlei-wulff.de. Zum Schluss abonniere diesen Podcast und sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Einfachrecht, dein Podcast rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter Mediator.